Die heutige Vorstellung heißt, was ihr nicht sehen könnt. Sehen Sie mich! Ja, dann sind wir offensichtlich nicht die heutige Vorstellung. Wir sind die Nachtschicht, wir bauen nur das Bühnenbild ab. Wir arbeiten in der Nacht und wir schlafen am Tag. Nachtschicht. Ich glaube, ich könnte auf dieser Party gebissen worden sein. Jetzt ist es raus. Ich war ein bisschen betrunken. Wir wären wahrscheinlich für das Bruttoinlandsprodukt wertvoller, wenn wir ein Bett in einer medizinischen Einrichtung belegen würden. Aber niemand würde unsere Diagnose ins System einpflegen. Wir haben keinen Code. Es gibt im System keinen Code für Vampirismus. Es ist harte Arbeit, die Zukunft abzubauen.